Professor R. An der Uni. Hallo. Hallo. R. Schau mal da drüben. Hallo. Oh, hallo. Jay, wir müssen los. Entschuldigung, aber wo finden wir Professor R.? Professor R.? Den findet ihr da drüben im Geschichtesaal, aber... Wollt ihr wirklich zu ihm? Oh. Äh, Jay, wir gehen mal besser. So, da wären wir. Ja, jetzt kommt's. Der Gewinn beim Rübel los. Juhu, jetzt hab ich Geld gewonnen. So. Äh, warum ist das? Naja, wir wollten doch heute bei Ihnen etwas über den Zweiten Weltkrieg lernen. Weltkrieg ist gleich Welt und Krieg. Eigentlich weiß ich das nicht so genau. Jetzt passen Sie mal auf. Sie, als Geschichtelehrer, müssten doch eigentlich wissen, was der Zweite Weltkrieg ist. Ich bin Professor R. Komm, Jay, wir gehen. Ja. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir bleiben doch ein bisschen länger. Oh, hallo. Ja, da sehe ich aber zwei dicke Melonen. Hallo. Hey, ho. Da kriege ich ja gleich eine Latze. Hier, Professor R. Ihre Milch. Da ist noch ein Platz frei bei den Jungs. Heute spielen wir den Zweiten Weltkrieg nach. Hey, warte mal. Ist das nicht ein bisschen krank? Also, ich mach da nicht mit. Ja. Ich glaube, wir machen doch mit. So, ihr spielt Deutschland und ihr spielt Frankreich. Warte mal. Sind die Dinger eigentlich echt? Nein, das sind nur ein Laserprinter. Und diese Dolche? Das ist ein Asteroapor. Na dann, let's go. So, und jetzt gibt es hier weitere. Rosen. Äh, Russen. Oh, Mann. Hey, schau mal hierher. Na, jetzt gebe ich dir alle. Halt, stopp. Was ist hier los? Warte mal, spielt ihr hier etwa Krieg? Oh nein, sie ist alles rausgefunden. Jetzt werden wir erst von der Uni geschmissen. Dann werden wir keinen Job finden, weil uns keiner haben will. Dann werden wir obdachlos. Und dann werden wir in AIDS sterben. Natürlich wollte ich nur fragen, ob ich mitspielen darf. Hmm? Ja. Hey, da ist ja noch eine Atombombe. Das ist jetzt aber echt. Ende. Ende. Das war's.